Oh shit, da hinten ist einer, da hinten ist einer, ja hallöchen, da hinten sind sogar zwei, da hinten sind sogar zwei, damit einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde zu einem weiteren Deadside Gameplay auf meinem Kanal. Heute einfach mal gucken was passiert, ich renne ein bisschen über den Server und gucke einfach mal auf wen ich so treffe. Jetzt gerade habe ich hier hinten zwei Stücke gesehen, ich dachte es wäre nur einer, aber egal, no risk, no fun. Wo seid ihr Schlingel hin? Und ich will gucken, okay shit, wo sind sie hin, die können doch eigentlich nur hier hochgerannt sein. Äh, hallo, oh shit, oh shit, ich glaube es war ein Fehler. Und ich höre doch auch irgendwo, irgendwo, ja, ich wollte doch sagen, Schüsse, ich höre doch irgendwo Schüsse. Ich höre doch Sachen hier, ich bild mir doch nicht schon wieder paranoiamäßig Dinge ein. Ich habe doch da wirklich Menschen, hier könnte jemand sein, Menschen gesehen und ich habe doch auch Schüsse gehört. Oh shit, oh oh, wo seid ihr? Ich habe auf jeden Fall mindestens ein gesehen und ich meine sogar, es waren zwei und den Schuss habe ich mir auch nicht eingebildet. Also man kriegt ja schon leicht Paranoia in den Games, aber das habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Oh shit, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ja, da unten könnten sie hingerannt sein, boah. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit dazwischen, ist das Problem. Wenn die jetzt die ganze Zeit durchgesprintet sind, dann sind die jetzt schon weit weg oder halt richtig schön tief hier versteckt. Und gerade haben die mich, glaube ich, gar nicht bemerkt. Oh no, jetzt sag mir nicht, die sind wirklich weg. Ich habe jetzt auch nicht das beste Equipment mit, ich habe einfach nur eine Flinte, eine Pistole und eine lange Schrotflinte und da auch nur eine Zwei-Schuss-Schrotflinte. Hallo? Aber immerhin eine Tasche und so, also so komplett schlechtes Equipment ist es jetzt nicht. Aber ich habe extra nicht zu viel mitgenommen, damit ich mich nicht so ärgere, wenn ich jetzt sterben sollte. Und man muss halt überlegen, wenn die hier irgendwo hocken, dann sind die zu zweit auf jeden Fall schon mal im Vorteil. Da unten seid ihr hergerannt. Vielleicht ein Stückchen weiter nach links. Auf jeden Fall sind die hier irgendwo gewesen, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, ah shit, ich glaube, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, wir hätten sie auf jeden Fall verloren. Ich renne jetzt hier nochmal rüber. Und es ist halt auch richtig riskant, weil wenn ihr jetzt hier zu zweit irgendwo in den Büschen oberhalb hocken und einen Sniper haben und runterfeuern, dann habe ich eigentlich so gut wie keine Chance. Aber es müssen eigentlich welche gegeneinander gewesen sein, weil die haben geschossen. Oder da war halt noch jemand, noch eine dritte Person oder so. Naja, ich sehe hier keinen mehr. Shit. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Da habe ich gedacht, jetzt gibt es hier direkt Kasala und Action und gib ihm vielleicht hier. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Und die sind irgendwie hier links irgendwo hoch. Also, hier sind Autos, die Straße. Oh, 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 Häuser. Okay, warte, vielleicht sind sie hier hin gerannt. Vielleicht sind sie hier. Egal, jetzt ist auch egal. Jetzt renne ich einfach durch. No risk, no fun. Ist hier irgendwo jemand? Ist hier nichts? Oh, da wurde jemand gekillt. In der ARF. What? Oh, shit. Ich glaube, ich kann nicht mehr gehen. KI-Spieler. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Kommt her. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Habe ich ihn gehittet? Oh, mein Gott. Oh, Freunde. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Das war ja wohl besser als... Oh, mein Gott. Habt ihr das bitte gesehen? Das war James Bond. Das war Hollywood-reif. Okay, schnell looten. Und dann weg hier. Weil, äh, das war laut. Das lockt auf jeden Fall Leute an. Oh, mein Gott. Einfach aus dem Nichts. Drei KI-Spieler. Sehr geil. Jetzt habe ich auch wieder Munition für meine... Für mein Jagdgewehr. Okay, okay, okay. Okay. Holy shit. Einfach aus dem Nichts. Ich brauche eindeutig wieder ein Funke-Reg. Dann hätte es geknackt. Dann hätte ich gewusst, dass auf jeden Fall welche in der Nähe sind. Oh, mein Gott. Okay. Das war das Zeichen. Jetzt sollten wir hier weg. Auch wenn ich die Dingens-Spieler verloren habe. Das war auf jeden Fall doch jetzt trotzdem eine nice Action. Mal gucken, was wir sonst noch so finden. Okay. Ich bin jetzt hier wieder an der Scheune und so. Wo wir das eine Mal hier den Typen drin gekillt haben. Und irgendwas war hier auch gerade schon wieder. Ich habe hier auch irgendwo in der Nähe Schüsse oder von weiter weg noch. Deswegen denke ich, hier müsste auch wieder irgendwo jemand sein. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber irgendwo hier war was. Wo seid ihr hin? Oh, da liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Okay, komm, 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 komm. Mal kurz gucken. Pistole, Feuerzeug, nehme ich mit. Komm, nimm die Knarre, nimm die Pistole. Ja, ja, ja. Was hast du da noch? Ja, auf jeden Fall trinken. Sehr gut. Ja, 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 ja. Quick Slot. Quick Slot. Und weg hier. Da hinten kommt einer. Da hinten kommt einer. Oh, shit. Ich glaube nicht getroffen. Oh. Direkt neben uns war einer. Oh mein Gott, nein. Shit, da konnte ich nichts machen. Okay, ich bin wieder fast da, wo ich gerade gestorben bin. Ich konnte relativ nah in der Nähe einsteigen. Der hat uns mit einer Scorb gekillt, okay. Weil auch immer das ist, das hatte ich noch nicht. Holy, oh shit. Von wo, von wo? Oh no, oh no, oh no. Lass mich, ich habe doch nichts. Ich habe doch nichts. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, 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 nein. Oh no, 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 no. Shit. Er hat uns dreimal richtig gut getroffen. 29 HP. Ich habe keine Ahnung von wo. Ich sage doch, hier sind überall Gegner. Ich wusste es. Oh, lass mich nur zu meiner Leiche. Okay, schnell hier durch. Oh Gott. Mika, renne um dein Leben. Okay, okay, okay. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wenn es auch, egal. Wir haben eh nichts. Und ich habe nur 29 HP. Wo ist meine Leiche? Da, 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 da. Oh mein Gott. Ja, Mann. Dann hat er auf jeden Fall bessere Waffen. Hier, komm, nimm doch. Was haben wir hier? Jacke, Jacke, Trainingshose, Lappen. Ja, ja, ja. Was haben wir hier noch? Oh shit. Ich glaube noch Munition. Komm weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, jetzt kann ich mich verteidigen. Zwei Schuss. Besser. Da ist einer. Da kommt einer. Da hinten ist einer. Oh shit. Bist du hin? Wo bist du hin? Boah, was geht hier ab? Da rechts, da rechts. Was geht hier ab? Okay. Ich glaube verfehlt. Oh shit. Ein Schuss noch. Da ist er, da ist er. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Nein. Und da hinten kommt noch einer. Oh mein Gott. Da hinten kommt noch einer. Und der sah auf jeden Fall gut gerüstet aus. Zwei Schuss. Zwei Schuss. In einer Schrotflinte. Schrotflinte. Im Nahkampf ist sie echt krass. Vielleicht habe ich Glück und kann ihn killen. Oh oh. Da, 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 da. Komm her. Nein. Er hat mich gerade gesehen. Shit. Okay, keine Chance. Keine Chance für gutes Loot. Okay, ich bin jetzt einfach mal irgendwo eingestiegen. Aber hier geht auch schon wieder die Party. Oh shit. Da hinten rennen auch schon wieder welche. Hier sind auch auf jeden Fall Leute. Oh mein Gott. Was geht denn da hinten? Rennen zwei Stück mindestens. Ich habe euch nichts getan. Ich bin einfach irgendwo mal ganz anders auf der Karte irgendwo auf der anderen Seite eingestiegen. Ihr seht schon, zu meiner Leiche drei Kilometer. Also wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück nach drinnen. Egal. Hier sind Schüsse. Okay, da sind die Häuser. Schnell. Okay, irgendwie eine Pistole oder irgendwas brauche ich nur, damit ich mich verteidigen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe alles verloren. Wir haben nur noch ein Messer. Oh shit. Nur noch ein Messer, eine Hose und ein Zippo, Freunde. Oh shit. Hier liegt nichts. Was ist das? Aha. Sturmmaske nehme ich. Oder irgendwie Schal. Aha. Müsste AK-Monie sein. Eine AK fände ich jetzt ganz nice. Oder eine AK-SU. Irgendwie so was. Oh. Okay, okay. Hier war nichts. Oh shit. Aber die sind hier irgendwo in der Nähe. Irgendwo müssen die ja sein. Die sind da gerade noch alle entlang gerannt. Das heißt, irgendwo hier sind die auf jeden Fall. Nächster Haus. Komm schon. Jawohl. Pistole. Ist das hier eine Uhr? Kann ich auch nicht mehr nehmen. Äh. Messer, Messer. Komm. Messer weg. Pistole rein. Okay, wir haben immerhin eine Pistole. Kann ich beides nicht nehmen, ne? Ja, egal. Pistole haben wir. 21 Schuss. 8 Schuss im Magazin. Oh mein Gott. Und eine Panzerweste. Eine richtig gute. Sogar eine richtig dicke. Okay. Ein bisschen Schutz und ein bisschen Verteidigung mäßig. Pistole haben wir. Kann ich jetzt die Sachen noch mitnehmen? Nee. 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 Okay. Egal. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Pistole und eine Panzerweste. Was ist das da? Äh. Nee, brauche ich nicht. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Soll ich da hin? Okay. Ich gehe erstmal in den Häusern entlang. Oh, was ist das denn? Vielleicht da liegt auch noch eine. Oh mein Gott. Oh. Oh. Eine UMP. Eine Mosin. Das ist doch noch der krasseste Typhoon-Rucksack. Eine krasse Hose. Eine Schutzweste. Freunde. Helm. Sturmmaske. Walkie-Talkie. Der hat alles. Oh mein Gott. Schnell gönnen. Und dann weg hier. Und dann nur noch weg hier. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Von absolutem Kack-Loot. Oder eher gesagt von gar nichts. Und gebt euch das da unten. Da hat er auch noch Sachen. Okay. Handschuhe noch. Die taktische Weste weg. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viele Knarren der hat? Oh mein Gott. Mit allem Drum und Dran. Visier drauf. Lampen oder Laser. Beretta. Mosin. High-End-Loot. Typhoon-Rucksack. Oh mein Gott. Ich scheiß mir in die Hose. Beides durchgeladen. Perfekt. Okay. Okay. Wo sind die? Oh oh. Okay. Okay, okay. Ich muss hier nur noch weg. Jetzt muss ich hier nur noch weg. Und da lag aber auch noch einer. Ich will eigentlich da noch einmal gucken. Da lag nämlich eine Leiche. Ist da oben einer? Ne. Oh shit. Weg hier. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh shit. Oh nein. Nein, 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 nein. Wechsel, wechsel, wechsel. Oh shit. Komm her, du. Oh. Ich glaube, ich habe ihn. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da kommen die nächsten zwei. Oh mein Gott. Ich habe auch noch beide. Oh mein Gott. Weg hier. 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 78. Okay. Oh shit. Oh shit. Das sind noch mehr. Woher? 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 Weg hier. Weg hier. Einfach weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. 56. Oh mein Gott. Die kommen, um ihr Loot wieder zu holen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte noch nie so krasses Loot. Oh shit. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Renn um dein Leben, Mika. Oh mein Gott. Ich glaube, das waren zwei KI-Spieler und ein echter. Oh mein Gott. Nur noch weg hier. Einfach um dein Leben rennen. Renn um dein Leben, Taifun-Rucksack, Mosin, alles klar. Dann noch eine UMP mit allem drum und dran drauf. Krasse Ausrüstung, Schutzweste, unnormal viel Loot. Der hat bestimmt vier, fünf Knarren wandert. Eine Beretta, Walkie-Talkie, alles ist am Start, Freunde. Von Messer und nichts zu High-End-Loot, was ich selber noch nie besessen habe. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Zeig mal her. Was hast du denn, mein Freund? Kommt ihr hier hoch? Oh mein Gott, sieht die krass aus. Oh mein Gott. Und da kamen noch richtig viele. Verbände. Jawohl. Oh, der hat drei, fünf. Fünf Knarren, zwei Äxte. Oh, richtig viele Nägel und alles. Das hat sich aber mal richtig gelohnt, Freunde. Jetzt knallen wir uns hier kurz den Verband drauf. Oh mein Gott. Auch wenn die nur fünf bringen. Ist egal. Ist egal. Wir brauchen echt viele. Aber das sollten wir machen. Oh mein Gott. Crazy. Der Rucksack ist krass. Erstmal sieht der richtig groß aus. Also der ist ja schon fast auffällig. Aber da passt echt gut rein. Und was mir gerade aufgefallen ist, das ist eine normale Mosin. Bis jetzt kannte ich nur die Mosin K. Ja, krass. Dann alles. Einfach alles. High-End-Loot des Todes. Der wird sich jetzt richtig abfacken. Ich hoffe, die kommen jetzt hier gerade nicht hoch, damit ich mich erstmal hochhalten kann. Wir verstecken uns jetzt hier im Wald. Und ich würde fast sagen, wir sollten Richtung Safe Zone oder so, damit ich ein paar Sachen einlager, wie die UMP, den Rucksack eigentlich auch. Damit ich wirklich, wenn ich mal sterbe jetzt, dann immer mal Zeug habe, was ich nachrüsten kann. Weil wir haben ja da schon die Sturm-Rucksäcke und so. Und der ist echt krass. Oh mein Gott. Okay. 76. Jetzt müssten wir ein bisschen mehr als 80. Okay. 2, 3 brauchen wir noch. Oh mein Gott, Freunde. Das hat sich gelohnt. Das Problem ist, da lagen noch locker 2 oder 3 Leichen. Dann habe ich jetzt noch die 2, 3 KI-Spieler da gekillt. Und da waren noch welche. Das heißt, da ist noch mehr Loot, als jetzt schon ich habe. Und man ist ja immer gierig, ne? Oh mein Gott. Da unten ist es. Ja, jetzt wäre halt so ein richtiges Sniper-Scope. Richtig praktisch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich runter sollte. Ich glaube, ich sollte mich damit lieber zufrieden geben. Oder renne ich noch mal ein Stück runter? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, Freunde. Ich glaube, ich haue eher ab und laufe Richtung Safe-Zone, um alles einzulagern. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, wie viele da unten sind. Lasst uns lieber abhauen. Okay, Freunde. Sichere Zone. Ihr sehtet oben links. Wir haben es geschafft. Wir haben einfach von wirklich absolut nichts einfach alles bekommen. Wir haben Jagdwesten, Schutzwesten, Typhoon-Rucksack. Wir haben hier die UMP mit Lampe und Scope. Wir haben eine Mosin. Wir haben eine Beretta. Dann noch 5, 6 Pistolen, die wir jetzt verkaufen können. Also das hat sich auf jeden Fall richtig, richtig dick gelohnt, Freunde. Das hat sich richtig dick gelohnt. Aber das sieht irgendwie merkwürdig aus. Weg damit. Dann noch Munition, 2 Äxte. Boah, das hat sich richtig, richtig dick gelohnt. Okay. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht. Vielen Dank.